Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es noch werden wollen. Wie ihr seht, wir steigen direkt ein. Diesmal mit dem Infanteristischen Kampf. Ich habe hier drüben jetzt mal die Einheiten ein bisschen neu sortiert, neue Befehle erteilt, um den feindlichen Ansturm ein wenig aufzuhalten, bis meine Verstärkung auf der Seite der Beresine eintrifft. Die Jungs sollen ins jenes Haus, um hier rüber wirken zu können. Die Infanterie ist schon zu nahe dort. Das haben wir da verloren, hoffentlich nicht das MG. Ja, das MG haben wir noch. Die SDF, KFZs erleiden leider auch schon Verluste. Sind die am Feuern hier? Schauen wir mal. Das MG kann sich soweit nicht rumdrehen. Der Fahrer lässt sich sehr viel Zeit. Schauen wir mal ein bisschen von oben an. Das war es also. Mit unserem Zugführer vom ersten Zug. War auch in einer sehr exponierten Lage. Ja, die stecken furchtbar ein hier. Diese russischen Tankodeski, glaube ich, heißen die. Also diese Tankrider, die auf den Panzern aufgesessen, direkt nach vorne fahren, sind alle ausgerüstet mit Maschinenpistolen. Also ein extrem gefährlicher Gegner im Orts- und Häuserkampf. Hier wird er Gott sei Dank auch schon das Feuer eröffnet. Größere Entfernung mit dem MG 42. Das ist eine Entfernung, wo die MPs, die PPSHs der Russen nicht mehr so wirken können. Also der ist jetzt hier auf alle Fälle schon mal in einer sehr guten Stellung. Schauen wir mal, ob sich die Schlinge da oben auch ein bisschen weiter zuzieht. Man sieht hier schon, der Trupp bewegt sich auch darunter. Gut. Was tut sich hier drüben? Dann bin ich jetzt noch dabei, auch gleichzeitig mit der rechten Flanke weiter vorzustoßen. Dann fahren wir noch da mal mit. Das dürfte alles in allem sehr kritisch werden. Aber wie gesagt, ich möchte die Initiative erhalten und dem Gegner meinen Tempo aufdrücken. Er soll auf meine Aktion reagieren, ich weniger auf seine. Die beiden Panther rücken auch gut vor, werden nicht unter Feuer genommen. Wibbelt natürlich eine Menge Staub auf hier. Das läuft aber auch schon sehr gut. Was mit dem Trupp? Schöpft er den noch? Zieht auch gar nicht mehr auf sie. Ich habe allerdings jetzt hier unten das Fahrzeug noch hier hoch befohlen, um sich noch um das Problem zu kümmern. Was war das? Ah ja. Ich habe vergessen, Schüssel zu sagen, dass er aufhängt, so zu schießen. Das werde ich nachholen. Das macht mir jetzt keine Anscheinung mehr, als wenn hier noch viel Infanterie wäre. Im Übrigen hat sich hier ein Panzer zumindest festgefahren. Was war das? Okay. Ach du Scheiße. Das sind die ISO ISU-152 mit einem 152 mm Geschütz. Das sind keine Panzerjäger oder auch keine Sturmgeschütz. Aber ähnlich wie das Sturmgeschütz 3 auf Seiten der Wehrmacht ein nicht zu vernachlässigender Gegner auch für Panzer. Wir könnten nochmal kurz rüberschauen, was denn hier die Samada möchte ich selber mal nachlesen. Die begegne ich jetzt nicht allzu oft. Könnten die sein. Deutsche Panzer Deutsche Panzer Wo sind denn die ISU-152 SU-152 Könnte auch eine SU-142 sein. Schnelles Design Construction eine schnelle Konstruktion vom S-142 wurde geboren aufgrund der Benötigung einer schweren mobilen Geschützes das verteidigte das Fortified Enemy Defenses verstärkte feindliche Verteidigungsanlagen zu attackieren basierend auf einer KV-1S Chassis 152 Millimeter Hauptbitze It's massive shells Die Geschosse können bis zu 48 Kilo wiegen also man kann sich vorstellen dass das nicht nur Infanterie schadet ein 48 Kilo schweres Geschoss Equally effective at pulverizing enemy strong points and smashing aboard German tanks Slow reload rate Limited ammunition supply 20 20 Munition muss dabei Trotzdem Ich habe hier auch eine ganz hilfreiche Mod installiert wenn ich jetzt mal diesen Panzer anklicke seht ihr jetzt unten hier in dem Fenster so Zahlen auftauchen die sind in der Originalversion vom Spiel nicht dabei und zwar handelt es sich dabei um eine Mod die mir im Prinzip auf bestimmte Entfernungen die Durchschlagskraft anzeigt also die erste Zahl hier vorne quasi im Nahbereich 0 bis 100 Meter die schlägt 192 Millimeter Panzerung auf 500 Meter 160 Millimeter Panzerung auf 1000 Meter 136 Millimeter Panzerung und so weiter und es wird mir auch angezeigt wie stark die Panzerung selber ist also im vorderen Bereich der Wanne 123 Millimeter Stahl im mittleren Bereich 115 Millimeter und unten 96 Millimeter das sind sehr sehr hilfreich Informationen denn ehrlich gesagt kann und will ich mir auch nicht alle Daten da so merken ich kann gerne mal nächste Folge nochmal die Panther Fibel aufschlagen und euch da mal zeigen ja dass natürlich Panzerbesatzungen solche Werte auswendig lernen mussten auswendig lernen sollten das finde ich kann man jetzt einem einzelnen Wargamer nicht zumuten von daher finde ich es ganz probat auch solche Mods zu installieren hier übrigens wenn ich den Panther mal anklicke sieht man auch dass er auf dem Bereich 500 Meter 160 Millimeter Panzerplatten durchschlägt jetzt schauen wir uns doch mal an was das für eine Entfernung ist was haben wir denn da wir haben eine Entfernung von das kann ich jetzt nicht sehen muss ich mir nachher angucken jetzt mal knappe 1000 Meter meine Kanone die KWK 7570 durchschlägt auf knappe 1000 Meter 149 Millimeter Stahl der Sturmgeschütz hat 123 Millimeter Stahl an der stärksten Stelle das heißt meine Panzergeschosse sollten genügend Wirkung erzielen worum der Schuss hin ah das bleibt spannend sehen wir uns überhaupt wo das einschlägt daneben geschossen meine Panzerung beim Panther vorne beträgt an der mittleren Wanne 206 Millimeter also da kann das andere Geschütz auch nichts ausrichten allerdings der Turm der Turm hält 97 Millimeter Panzerung also effektiv es wird im Übrigen es ist also nicht die echte Panzerungstärke sondern auch da wird in mehr oder weniger ein Durchschnittswert der auch davon abhängt wie geneigt die Panzerplatten sind das war eine Sache die wurde ja vom T-34 übernommen und im Panther Design angewendet dieses revolutionäre Design der abgeschreckten Panzerplatten die effektiv die Panzerung natürlich noch dicker machen das ist auf alle Fälle momentan auf die Entfernung ein ernst zu nehmen der Gegner und bereitet mir schon ein wenig Sorgen ein wenig ist gut denn ich bin hier drüben ja eigentlich jetzt schon effektiv dabei halt übersetzen zu wollen ach hat sich jetzt der eine Panzer hier freigefahren der steckte fest jawohl Gott sei Dank nicht das gleiche Schicksal wie der Panzer hier drüben der jetzt tatsächlich sich nicht mehr fortbewegen kann das bedeutet aber auch dass ich jetzt doch eher auf meine Mörser-Mission die den Rauch legt angewiesen bin gut die müssten jetzt eigentlich auch recht bald kommen schauen wir doch mal nach Spotting das heißt die ersten Spotting Rounds sind raus hier bewegt sich jetzt auch schon einiges den Fluss runter diesen kleinen Bach bleibt spannend das hier gefällt mir natürlich nicht wir werden sehen hier habe ich jetzt erstmal ausreichend die Befehle erteilt da möchte ich mich jetzt erstmal nicht mehr drum kümmern müssen das sind mit den Jungs den hatte ich auch ah ja okay können jetzt auf alle Fälle auch effektiv könnten sie da rüber feuern hier verlege ich auch schon Einheiten jetzt rüber zur Brücke ja dann hoffe ich mal dass dieses Duell hier gut für mich ausgeht Austerman hat noch nichts gesehen ich sage jetzt mal er soll die Luke wieder aufmachen um besser aufklären zu können die Panzer 4 sind auch schon fast in Position und ich glaube es wird auch Zeit dass ich hier die Infanterie wieder auflade aufsitzen lassen natürlich denn wenn sollte ich möglichst schnell mit einem möglichst großen Truppenkontingent übersetzen da könnten wir noch dazu hier drüben es ist gut aufsitzen wo ist denn das Kommando Fahrzeug denn das geparkt ach das ist zerstört worden dann sind wir zu Fuß darüber das ist der dritte Zug der dritten Kompanie die sind immer noch hier ein bisschen am Nachzügeln am Nachzügeln ein gutes Wort Neuschöpfung haben wir dann hier Kompanie abquartieren ja die lassen wir jetzt hier mal aufklären die brauchen auch noch eine Weile die sind im Marsch gesetzt gut schauen wir uns hier das Duell da drüben an 48 Kilo ein Geschoss bin ein bisschen nervös wie das Gefecht ausgeht man merkt auch die Berechnung der einzelnen Runden dauert immer länger es gibt jetzt auch deutlich mehr zu berechnen los geht's er zielt jawoll was schon gereicht hat ja die Crew steckt aus das ist einfach eine sehr gute Position hier auf wen hat er geschossen ebenfalls ja wo ist eigentlich der Ausdäumann hier 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 sammelt sich ja wirklich ordentlich was das war jetzt nicht so glorreich aber ich die Züge auch immer viel zu schnell mache ich muss immer irgendwie einen Weg finden wie ich das besser machen kann dass ich mehr Zeit habe meine Züge zu planen euch da mal irgendwie ein bisschen mit rauslasse weil sonst langweilt ihr euch zu Tode auf der anderen Seite sterben mir sonst meine Leute hier zu Tode naja mit dem Karabiner hier auf den Schießen ist natürlich ein einzelnen Mann ja so ein Schwachsinn vielleicht zweimal erwischt ärgerlich na wie gesagt ich werde mir auf alle Fälle zumindest in der dritten dritten Serie die ja auch schon geplant ist irgendwas einfallen lassen müssen um das mit der Zeit alles ein bisschen effektiver zu gestalten denn es geht jetzt schon wirklich sehr viel Zeit verloren da drüber haben wir jetzt noch mehr von diesen Brocken oder ja wer sieht die wer sieht den der hat zumindest den Feuerkampf schon mal eröffnet so das Geschoss ist in der Luft werden wir in der nächsten Runde sehen ob wir treffen oder nicht zwei davon falls ihr Ideen habt wie man das auflösen könnte dass wir nicht so viel Zeit verlieren in den einzelnen Runden bin ich für Vorschläge durchaus offen was heißt durchaus auf alle Fälle offen denn es soll ja nicht nur mir Spaß machen okay meine Smog-Missionen gehen auch los das würde ich mir gerne mal anschauen das würde ich mir gerne mal anschauen weil irgendwie gefällt mir das wenn die Möse hier ihre Arbeit aufnehmen schauen wir uns mal an da schießt doch schon einer das sind glaube ich immer noch Spotting-Rounds sonst würden sie die ein bisschen schneller raushauen die bekommen jetzt im Prinzip von dem Auftraggeber eine Rückmeldung wo die Geschosse landen und justieren dann dementsprechend nach das sieht man auch wirklich wie sie da rumschrauben dann können wir mal den Geräten Neigungswickel neu einstellen neu ausrichten jetzt wird neu ausgerichtet und komm hau noch einen raus und der nächste kommt auch schon naja war jetzt nicht so spektakulär aber man es dauert eine Ewigkeit bis diese Möse-Geschosse irgendwo mal landen also auf diese Entfernung finde ich immer wieder interessant das da oben wird natürlich jetzt heikel für die Einheiten die hier unten nachrücken wer kann denn die sehen hier da werde ich sicherlich ein bisschen aufpassen müssen so definitiv sogar ja er hat ihn sogar schon gesehen ich lasse hier natürlich absichtlich des Unterholzes fahren denn hier vorne komm ich wieder in so eine teilgedeckte Stellung rein da kommt die russische Verstärkung gerade recht beziehungsweise unrecht ja zum ungezügsten Zeitpunkt zwei Jungs das ist eine gute Stellung hier es ist sogar ein massives Haus nicht nur irgendwelche Holzhütten das wollen die nachladen wer kann denn die hier sehen wie sieht denn das eigentlich aus dem seiner Perspektive aus ah der hat mir den Rücken zugedreht das muss ich natürlich ausnutzen mit vielleicht gerade irgendwo verlegt hier haben wir jetzt schon einen kleinen Panzerfriedhof was sind das der ist zerstört aber wir haben hier natürlich noch eins zwei weitere das heißt es wird ein dritter auch noch mit drin sein die werden sich auch nur zu viert erstmal bewegen wer kann denn den hier sehen da unten und der Unteroffizier Detmers ah ja das ist geschossen in der Luft mal schauen ob ich es sehen kann ich würde es aber gerne sehen ist bloß die Leuchtspur davon ich würde sagen leider war es das schon wieder für die Runde ah hier sieht man übrigens wahrscheinlich sind es hier Spotting Rounds die total abseits landen wo sie hin sollten ich glaube nächste Runde könnte eine entscheidende Runde für die Schlacht werden ich habe hier auf meiner jetzt drehen wir uns mal lieber um auf meiner linken Flanke schon ziemlich viele Marsch gesetzt ich kann jetzt nicht mittendrin einfach wieder aufhören und der russische Nachschub Verstärkung ist auch schon bereits angekommen und hier drüben tut sich auch eine Menge wobei ich da keine großen Sorgen habe denn hier oben habe ich doch eine durchaus überlegene Feuerstellung ich würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und ja wie gesagt haut mal her ein paar Tipps wie ich das Ganze ein bisschen verklappen kann und trotzdem einigermaßen die Spannung erhalte ich hoffe es ist nach wie vor spannend für euch es freut mich nach wie vor dass so viele Leute diese Serie mit folgen und würde mich sehr freuen euch nächste Folge wieder begrüßen zu dürfen bis dahin wünsche ich euch gute taktische operative und strategische Entscheidungen auf euren Schlachtfeldern und sage leise